Herzlich willkommen zu unserem Java User Group Talk mit dem Titel Migration einer Anwendung von Jakarta E zu Quarkus mit dem Sebastian Hempel. Ich bin froh, ihn hier heute zu haben und dass wir auch mal so einen Erfahrungsbericht zeigen können, der eben zeigt, wie man so eine Java oder Jakarta E-Applikation eben zu Quarkus rüberbringt. Genau, ich bin der Patrick von der Java User Group und ich werde zuerst ein bisschen mich um die administrativen Dinge kümmern. Genau, ich habe auch gerade gesehen, die ersten schreiben bereits schon in den Chat. Sagt doch einfach Hallo, sagt, woher ihr kommt und falls ihr dann auch später dann Fragen stellen wollt, dann könnt ihr das gerne entweder im Chat machen oder eben unter der Sektion Fragen und Antworten, die ihr eben auch hier drin findet. Also ganz oben auf der rechten Seite gibt es ein Tab, da kann man rüberstellen und dann sieht man eben diese Fragen und Antworten. Fragen und Antworten kann man dann nachher auch abvoten. Das heisst, wenn da Fragen sind, werde ich die gerne, falls es möglich ist, während der Präsentation stellen, also quasi den Sebastian kurz unterbrechen oder ich werde die Fragen dann nachher vorlesen. Und natürlich die Fragen, die zuoberst gevotet sind, das sind natürlich die ersten, die ich stellen werde. Also das heisst, ihr könnt das auch so ein bisschen mit beeinflussen. Genau. Ich möchte euch noch kurz darauf hinweisen, wir haben noch weitere Java User Group Talks in der Pipeline. Und zwar nächste Woche gibt es in Zürich ein Event über WireMock, nämlich Fake it until you make it mit dem Oleg. Der wird vor Ort sein und dann am 4. Oktober mit der Nora Schöner gibt es ein AWS Fargate in Action Talk auch wieder hier online. Wir haben in den letzten Monaten den Online-Kanal ein bisschen vernachlässigt, aber ihr seht jetzt gerade, wir haben bereits wieder zwei Talks in der Pipeline und eben einer davon ist online. Also das kommt alles wieder. Genau. Sebastian, ich bin sicher, du wirst dich selber noch vorstellen. Ich glaube, du kannst das viel besser als ich. Ich werde mich dann später wieder melden und dann auch noch den Abschluss machen. Genau. The stage is yours. Dankeschön. So. Ja, erstmal ein herzliches Willkommen von mir. Wieder mal ganz schön, ja, ich würde fast sagen, mal in der Schweiz zu sein. Ich war beruflich schon oft da, ist aber auch schon wieder 10, 15 Jahre her. Jetzt probieren wir es mal zumindest virtuell. Und ich möchte euch vorstellen, was ich, man könnte fast sagen, während der Pandemie gemacht habe. Und zwar hatte ich da die Chance, eine Anwendung, die schon existierte, ich werde gleich näher was dazu erzählen in Jakarta.ii, die aus diversesten Gründen auf Quarkus rüber zu bringen und möchte eben euch erzählen, was ich dabei erlebt habe, was wir oder ich gut gefunden haben und was nicht so gut lief. Aber der Patrick hat schon gesagt, ich werde mich natürlich auch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Sebastian Hempel. Ich bin selbstständiger Softwareentwickler seit 2003. Ich durfte im August mein 20-jähriges feiern. Bin tätig in den Bereichen, kann man sagen, Java und Puppet. Java dabei. Ich habe mal nachgeschaut, so seit circa 2003. Also JDK 1.4, 1.5 waren so die Sachen, wo ich begonnen habe. Und Puppet, ein komplett anderes Feld. Da geht es um Konfiguration von Serversystemen im vierstelligen Bereich. Da bin ich eben seit dem Jahr 2010 unterwegs. Ansonsten noch ein bisschen im Linux- und Open-Source-Umfeld tätig. Man könnte eigentlich sagen, ja, okay, wenn ich was programmiert habe, muss das irgendwo mal laufen. Und dann sind natürlich Wissen über Linux und Open-Source auch nicht schlecht. Ich denke, die Folien werde ich noch zur Verfügung stellen. Dann habt ihr auch noch meine schon lang nicht mehr aktualisierte Homepage. Und wer mich dann noch erreichen möchte, hat auch hier unten über mein Mastodon-Händel die Möglichkeit, mich auf Social Media zu erreichen. Mehr möchte ich aber über mich auch gar nicht erzählen, weil es geht eigentlich nicht um mich, sondern es geht um eine Reise in die Cloud. Und zwar geht es eben darum, dass wir eine Anwendung hatten, die in der, Anführungszeichen, alten Welt entstanden ist und die jetzt auf einmal in der Cloud laufen sollte, die Cloud verschoben werden sollte. Und was haben wir dabei gelernt? Warum haben wir uns für Quarkus entschieden? Und was gab es dabei alles zu erleben? Um mal zu sehen oder um euch einzuführen in die Anwendung, mit der alles begann. Wir haben also nicht auf der grünen Wiese angefangen. Also es ging nicht so, dass wir eine Anwendung, also eine Anforderung hatten und dann sagen konnten, wir haben eine leere Maven-Pom und jetzt legen wir los, sondern wir hatten schon eine Anwendung. Die Anwendung lief auch schon seit zwei Jahren erfolgreich, wurde immer erweitert. Und jetzt ging es eben darum, die Anwendung so, wie sie ist, mit möglichst wenig Aufwand in die Cloud zu bringen. Die bestehende Anwendung. Ihr seht das ACME-Logo. Es ist eine technische Anwendung. Ich glaube, ich hatte es in der Talk-Beschreibung auch drin. Also wir haben jetzt nichts irgendwie mit Eingabemasken und Berechnungen, sondern es handelt sich um einen Service zur Anforderung von Zertifikaten und genauer genommen um eine Implementierung vom ACME-Protokoll. Wer ACME-Protokoll selber dem das nicht sagt, vielleicht ist es ein bisschen bekannter zu sagen, let's encrypt. Also es geht darum, innerhalb eines Unternehmensnetzwerks einen Dienst anzubieten, den let's encrypt auch außen im Internet bietet, um ihm zu sagen, ich brauche ein Zertifikat. Ich fordere das an und bekomme das dann. Und ja, warum nicht let's encrypt selber zu nehmen? Es geht einfach darum zu sagen, zum einen, ich kann nicht ins Internet raus und da einfach meine Zertifikate beantragen. Und es war noch die Anforderungen, dass eben noch ein bisschen mehr geprüft werden sollte. Also es sollte dann auch irgendwo in externen Systemen nachgesehen werden, ob die Anwendung korrekt existiert, ob die Namen passen. Also es war einfach nicht so, dass let's encrypt ausgereicht hat, sondern man musste selber was programmieren. Die Infrastruktur, ja, circa im Jahr 2018 sah eben so aus. Ich habe mir meinen Client, meinen ACME-Client, der mit dem ACME-Protokoll mit meinem ACME-Server spricht. Und ich habe eben auf der rechten Seite, ich habe es mal genannt, CMDB, mehrere Systeme, in denen ich nochmal nachschauen kann, ob der Client denn auch das, was er da beantragt, auch haben darf. Und unten in der Mitte seht ihr noch diesen sogenannten CMP-Händler. Das ist dann quasi die Schnittstelle, die unser Dienst nutzt, um mit einer PKI zu sprechen. Also wir sind nicht selber diejenigen, die die Zertifikate erzeugen, sondern wir sind eine Vorinstanz und reichen dann eben nach unserer Prüfung alles weiter zur PKI über auch eine normierte Schnittstelle. Und dann bekommen wir eben das Zertifikat zurück. Das war jetzt erstmal so die Anwendung, wo lief. Was haben wir für Techniken verwendet? Also ich habe es mal Jakarta-II genannt. Ich glaube, wie das ganze Projekt anfing, hieß es noch Java-II. Aber ja, wir haben eine Jakarta-II-Anwendung. Wir haben also in unserer CE-Pipeline zum Schluss ein IR rausgeschmissen. Und dieses IR wurde dann deployed in einem JBoss-EAP-Application-Server. Version müsste gewesen sein, ungefähr sowas, die 7.2. Und wir hatten damit eine Java-Enterprise-Edition-8-Umgebung. Das Ganze auf JDK-8. Und das Ganze wurde mit Maven in einem Multi-Module-Build gebaut. Also das ist sozusagen die gute, alte, wie man es nennen möchte, Enterprise-Umgebung. Wir bauen in IR und wir kriegen einen Application-Server. Wir schmeißen da alles rein. Dann läuft unsere Anwendung eben hoch. Wir haben aber natürlich nicht die gesamte Spezifikation genutzt. Was sich herausgestellt hat, auch ganz gut war. So Kernbestandteile waren CDI, also Context and Dependency Injection. Da wird von JBoss die Welt-Implementierung genutzt. Wir haben eine Anwendung, die eine Art REST-Interface hat, deswegen JAX-RS in der Version 2.1. Also das ist dann, was in JBoss ein REST-Easy ist. Wir haben einen kleinen Teil, um auf die Datenbank zuzugreifen. Da haben wir JPA 2.2 genommen und die Implementierung von JPA ist Hypernate. Also eigentlich so die gängigste Geschichte. Wir haben teilweise direkte JDBC-Zugriffe, Java-Transaction-Service und ja, das sind eigentlich so die Kernspezifikationen von Jakarta-E, die wir genutzt haben. Wir hatten also keine Enterprise-Java-Beans oder sonstige Geschichten, sondern wir haben uns schon auf die, ja, moderneren und möglichst wenig Spezifikationen kontrolliert. Dazu kamen noch einige weitere Bibliotheken. Wir haben mit YAML umgehen müssen. Da ist Snake YAML eigentlich die Geschichte. Und eine zentrale Bibliothek für uns, die wir gebraucht haben, ist Bouncy Castle. Wir müssen sehr viel mit Zertifikaten, mit Kryptografie, mit verschiedenen Protokollen hantieren. Und da ist eben Bouncy Castle eigentlich das, die Bibliothek der Wahl. Nicht zuletzt, weil Bouncy Castle schon eben dieses CMP-Protokoll, das wir nutzen, um mit der PKI zu sprechen, implementiert hat. Dann nimmt man das natürlich. Um ein bisschen ein Scheduling zu machen, haben wir noch Delta Spike genutzt. Das ist also quasi so eine Bibliothek, die CDI-Erweiterung enthält. Und wir haben uns, man könnte sagen, wir waren arm, wir hatten ja nichts und selber dann noch was geschrieben, um auf Konfigurationsdateien zuzugreifen und um den Credential Store zu nutzen. Um also ein System, das zentral im Unternehmen zur Verfügung gestellt wird, zu nutzen, um dort von Non-Personal-Accounts Benutzernamen in Canva zu erfragen. Also, das war unsere Ausgangslage. Ich hatte schon gesagt, die Anwendung lief schon ein bis zwei Jahre, war eigentlich recht erfolgreich. Ja, und dann kam die Anforderung, jo, ihr geht in die Cloud. Jetzt nicht so, ich weiß nicht, ob jemand die alte IBM-Werbung kennt, wo der Senior-Chef und der Junior-Chef sitzen und der Junior-Chef meint, zeitungslesend, die Zukunft des Businesses im Internet. Und dann kommt die Gegenfrage, warum steht hier nicht? Hier ging es einfach darum, dass einfach gesagt wurde, ja, wir wollen jetzt keine J-Boss-Landschaft mehr verwalten, sondern wir setzen auf Kubernetes und ihr müsst eben eure Anwendung auch nach Kubernetes bringen, weil irgendwann J-Boss weg sein wird. Die Zielarchitektur ändert sich natürlich, aber ja, eigentlich nur, ihr seht diesen grauen Kasten, die Laufzeitumgebung ist eben eine andere. Also, die Clients laufen weiterhin auf den unterschiedlichsten VMs oder als Kubernetes Operator oder als Skript irgendwo und unsere Anwendung soll jetzt eben als Anwendung in einem Namespace in einem Kubernetes Cluster zur Verfügung gestellt werden. Wie es natürlich oft so ist, sollte das Ganze natürlich mit gewissen Dingen passieren. Und eine Sache, die wir dann gleich beschlossen haben, nein, also wir gehen jetzt nicht her und deployen den J-Boss in Kubernetes. Wäre ja von der Technik her möglich gewesen, zu sagen, okay, wir holen uns ein Base-Image, wir haben da eine JVM rein, wir nehmen den J-Boss und legen dann dort unser I rein. Wäre gegangen, aber ich weiß nicht, fühlt sich auch ein bisschen komisch an. Andererseits hieß es aber natürlich, nee, also jetzt Code-Rewrite oder so, bitte auch nicht. Es ändert sich ja nur die Laufzeitumgebung. Also, ihr geht jetzt nicht her, dann hätte der Talk einen anderen Namen und implementiert das Ganze jetzt als Spring Boot-Anwendung. Sondern nee, es soll schon so bleiben. Und das war dann noch ein Grund, wo ein Rewrite schlecht war. Wir sollten zwar nach Kubernetes wechseln, aber für eine gewisse Zeit sollte natürlich auch die J-Boss-Anwendung noch wechseln. Also Vorteil für uns, keine Stichtagumstellung, aber andererseits hat man natürlich für eine Übergangszeit dann zwei Systeme zu pflegen. Und ja, dann standen wir eben da mit diesen Anforderungen, mit diesen Instructions. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir das Ganze lösen konnten. Und haben uns dann mal angeschaut, was es denn an, ja, ich habe es mal genannt, modernen Java-Frameworks so gibt. Also erstmal eine, wie so schön heißt, Ergebnis-offene Liste. Und die Liste, die ich jetzt hier habe, ist ein bisschen sortiert nach dem Entstehungsjahr, sage ich mal. Und da ist natürlich der, der, der große Kandidat, denke ich mal, der, der überall stark verwendet wird, Spring Boot. Wenn ich richtig recherchiert habe, so die ersten Veröffentlichungen in 2014. Sicherlich ursprünglich eine Geschichte, ja, wir unterstützen dich, wenn du mit Spring Microservices schreiben willst. Ja, war es sicherlich, es ist nicht schlecht. Ich will wirklich nicht jetzt ein Bashing machen mit Jakarta-II gegen Spring. Das ist irgendwie, ja, aus der Zeit gefallen, sage ich mal. Aber der Kandidat war eben da. Ein Kandidat, mit dem ich schon zu tun hatte, war Wildfly Swarm, beziehungsweise der zweite Name war Forntail, der aber, ja, spätestens 2020 abgekündigt wurde. Da hat Red Hat schon so etwas Ähnliches versucht, wie Spring Boot zu machen. Es ging dann darum, nicht zu sagen, naja, ich habe meinen Application-Server auf der einen Seite und meine Anwendungen auf der anderen. Und habe eben den Application-Server deployed und deploie mein IR rein. Sondern hier ging es schon darum, auch mittels Maven zu sagen, naja, ich habe meine Anwendung. Jetzt hole ich mir alles von Wildfly dazu, was ich noch brauche. Und daraus kommt ein Jar, das ich dann einfach starte. Und ich habe eben dann ein zusammengestelltes Package, bestehend aus der Umgebung, aus meinem Application-Server und aus meiner Anwendung. Das hieß, wie gesagt, Wildfly Swarm. Habe ich dann auch mal experimentiert. Ging sehr schön. Dann hieß es Forntail. Aber, ja, Red Hat hat es eingestellt. Dann so die ersten neueren Frameworks, zum Beispiel Micronaut, was schon als wesentlich früher als Quarkus ins Spiel kam, wo man eigentlich sagen kann, das ist von vornherein als Framework erstellt worden für Microservices. Nutzt eben als Besonderheit auch schon die Möglichkeit oder nicht die Möglichkeit, sondern verzichtet auf Reflection zur Laufzeit, um eben zu sagen, ja, ich möchte zur Laufzeit möglichst wenig tun und verlagert viel auf die Bildzeit vor. Hat ein eigenes API, hat auch viele Schnittstellen zur Cloud-API, hat Ahead-of-Time-Compiling, war eben für uns bloß ungünstig, weil es eben ein bisschen einen eigenen Satz hat an APIs. Also wir hätten den Code schon stark anpassen müssen. Helidon ist ein zweiter Kandidat, der, wenn mich nicht alles täuscht, inzwischen ein bisschen bei Oracle angedockt ist oder aufgekauft wurde. Die haben schon den Vorteil, dass sie eben Jakarta.ii nutzen, auch rein auf Microservice gedacht sind. Und ja, ihr könnt es euch vorstellen, sonst würde der Vortrag nicht so heißen. Was bei uns eben dann der Kandidat der Wahl war, war Quarkus. Das ist eigentlich der jüngste von diesen ganzen Frameworks, der für mich dann eigentlich so ein bisschen als Mitbewerber zu Micronaut entstanden ist. Und ich weiß nicht, ob es Red Hat offiziell sagt, aber für mich ist Quarkus eigentlich der Nachfolger von diesem zweiten Kandidaten, von Thorntail. Also die haben da Erfahrungen gesammelt und haben gesagt, jetzt machen wir es nochmal ganz neu und haben eben dann auch gesagt, okay, wir bauen optional ein Head of Time Compiling ein und bauen das ganze Framework und die ganzen Toolings eben so, dass es ideal ist, für Microservice zu nutzen. Und das ist dann schließlich das Framework geworden, mit dem wir uns entschieden haben, also der Wahlspruch Supersonic, Subatomic Java, um eben zu sagen, jawohl, damit können wir unsere bestehende Anwendung in einen, ja, Microservice, in eine Cloud-Applikation umwandeln. Ich habe der Einfachheit halber einfach mal so diesen, diesen einen Satz rauskopiert aus der Quarkus-Seite, wo man eben sieht, okay, was ist das Ziel? Ich will, ich will Cloud-Native sein, Kubernetes-Native, Spring-Framework, was ich eben, das nutzen wir nicht, ich kann auf die Graal-VM gehen und kann dann quasi Native laufen oder auf der ganz normalen JVM. Und was Red Hat eben darauf geachtet hat, ist, dass eben, was wichtig für Cloud-Anwendungen ist, die Start-Up-Zeit optimiert würde. Also, dass das Hochfahren einer Anwendung, wenn man skaliert, möglichst wenig Zeit nutzt und wir eben trotzdem die ganzen Bibliotheken, die wir genutzt haben, weiterverwenden konnten und uns nicht umstellen mussten. Ja, was ist jetzt Quarkus, wenn man sich's mal näher anschaut? Quarkus ist, salopp formuliert, ein Framework, das auf der Jakarta-II-Spezifikation basiert. Also, das heißt, es nutzt die ganzen JSRs, die ganzen JPA, CDI und wie sie alle heißen und bildet die in ihrem Framework ab, sodass eben wir hergehen konnten, unsere Anwendung damit bauen und im Maven-Prozess kommt eben dann nicht ein I raus, was wir bisher hatten, um es in den Application-Server zu deployen, sondern in unserem Fall ein sogenanntes FAT-JAR, also eine JAR-Datei, die man mit Java-JAR erstatten kann und die eben unser eigentliches Programm enthält und alle abhängigen Bibliotheken. Also so, wie man's eigentlich heute bei diesen modernen Frameworks kennt. Das Ganze wird, das war das hier, genau, und das Ganze wird eben noch unterstützt durch ein eigenes Maven-Plugin, das mit Quarkus zur Verfügung gestellt ist, das eben viele Operationen zur Build-Time durchführt, also wenn sozusagen aus den Java-Dateien die Class-Dateien erstellt werden, dann geht dieses Maven-Plugin im nächsten Schritt her und macht schon viele Dinge, die sonst eigentlich erst zur Laufzeit entstehen. Also wenn ich meine JVM hochfahre und sage, führe mir dieses JAR aus. Also dieses Maven-Plugin übernimmt dieses ganze Zeitaufwendige, um zu sagen, ich brauche kein Class-Path-Scanning und ich baue dieses alles, was über Reflection läuft. Das mache ich schon zur Compile-Zeit, um eben zu sagen, okay, Compile-Zeit ist mir in Anführungszeichen egal, dann nehme ich mir die Zeit, habe aber dann den Vorteil, dass meine Anwendung eben innerhalb von Millisekunden hochfährt und ich nicht warten muss, bis sich die JVM gestartet hat, im Class-Path alle Dateien gefunden hat, über Reflection irgendwas rausgefunden hat, sondern das wird eben alles gleich zur Bild-Zeit gemacht. Und das ist eigentlich auch der große Unterschied, wo wir im Folgenden merken, wo wir uns auch erst dran gewohnen mussten. Und was noch dazukommt, durch verschiedene Plugins, stellt mir dann Quarkus auch zur Verfügung, dass ich eben nicht nur Jakarta-EI-APIs nutzen kann, sondern alle wichtigen Dinge, ich habe mal aufgezählt, was wir so brauchen, mal mit Kafka kommunizieren, mit einem S3-Storage, mit diversesten Dingen, was man eben in der Cloud-Umgebung alles so finden kann. Und was nicht zu unterschätzen ist, was wir sehr zu lieben gelernt haben, ist, es gibt eben einen eigenen Entwicklermodus, wo ich noch was dazu sagen werde. Red Hat nennt es Developer Joy, wo halt einfach versucht wird, dass der Entwickler auf seinem Arbeitsplatz möglichst viel tun kann, da unterstützt wird, um eben nicht laufend irgendwo hinzudeployen, um irgendwas auszuprobieren. Ja, warum Quarkus? Für die Entwickler war es keine Umgewöhnung. Also alles, was wir kannten, was wir genutzt haben in einem Application-Server, konnten wir auch nutzen. Also alle JSRs waren vorhanden, wir haben uns eigentlich nicht umbauen müssen. Alle JSRs, die wir verwendet haben, waren drin. Vielleicht hier als Einschränkung, wer eine richtig große Enterprise-Anwendung hat, wo noch Enterprise-Java-Beans drin sind, HGBs und so, da wird der Weg nicht so einfach sein. Weil HGBs kann Quarkus nicht. Quarkus sagt quasi, nee, ihr nehmt CDI, da ist alles drin und HGBs lassen wir einfach weg. Also ältere Enterprise-Anwendungen haben dann vielleicht ein bisschen Probleme. Für uns noch interessant, also das Ganze entsteht auch in einem großen Enterprise-Unternehmen. Naja, was wir nutzen als Implementierung ist das, was auch im JBoss drin ist. Also so die Sicherheit, naja, wir nutzen jetzt nicht eine andere CDI-Implementierung, wir nutzen nicht auf einmal Eclipse-Link statt Hypernate. Also soll es eigentlich keine Probleme geben, obwohl man natürlich immer sagt, ja, wir programmieren ja gegen die Spezifikation und nicht gegen die Implementierung. Und da spielt auch noch mit rein, ja, wir haben es dann nicht genutzt, aber Red Hat ist natürlich, wenn es um Support geht, dann sehr zuvorkommend und gegen Einwurf von Münzen bekommt man auch Support für Quarkus. Und das kann im Enterprise-Umfeld eben schon wichtig sein, wenn dann die Frage aufkommt, ja, wenn wir Probleme haben, wer hilft uns oder ein bisschen gehässig von mir formuliert, auf wen können wir zeigen, wer schuld ist, dann kann man eben sofort einkaufen. Und ich hatte schon erwähnt, diese Developer-Show, ich denke, im Folgenden wird man es noch sehen, das hat uns schon stark gefallen. Ja, dann ging es los. Wir haben uns für Quarkus entschieden und haben uns angesehen, ja, was müssten wir denn jetzt an unserer Code-Basis ändern, um zu sagen, wir haben nicht mehr ein EAR, das wir deployen, sondern wir möchten ein Jar haben, was wir dann in folgenden Schritten in ein Image verpackt haben und über Helmcharts deployed haben. Und die Schritte, wo ich euch jetzt zeige, sind gar nicht so viel, was uns natürlich dann auch positiv überrascht hat. Das Erste war, um eine Anwendung mit Quarkus zu schreiben, muss man, ich habe sie mal rauskopiert, das Quarkus-Maven-Plugin in seinem Maven-Build integrieren. Das bedeutet, dass nachdem die ganzen Sachen kompiliert wurden, eben dieses Plugin anspringt und, ja, ein Kollege hat es dann schön gedauft, die ganze Quarkus-Magie beginnt. Also er geht dann eben her und macht das ganze Glass-Path-Scanning, macht die ganzen Operationen, für die sonst Reflection genutzt werden. Und als Output haben wir dann ein Jar, das wir mit Java-Jar starten können. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt. Wir hatten, das seht ihr auf der linken Seite, bisher programmiert gegen die Java-EI-Spezifikation. In der Version 7.0 müsste das gewesen sein. Und jetzt gehen wir eben her und integrieren diese Quarkus-BOM. Das ist auf der rechten Seite oben der Abschnitt, wo wir einfach sagen, okay, das ist eine, ja, eine BOM-Datei, die uns eben festlegt, okay, für Quarkus in dieser und jener Version werden solgende Spezifikationen zur Verfügung gestellt. Und dann haben wir eben unten, ich habe es angedeutet, mussten wir eben dann per, ich sage mal Anführungszeichen, per Hand die ganzen Specs implementieren, die wir hier eben nutzen wollten. Also, dass wir eben sagen, ja, jetzt nutzen wir CDI, jetzt nutzen wir Chux-RS und so weiter und so fort. Also, das waren jetzt alles Arbeiten, die wir erst mal nur in unserer Maven-Datei gemacht haben. Ein kleiner Punkt, was wir dann auch noch mitgemacht haben, Quarkus selber nutzt zum Logging das JBoss-Logging-Framework. Das ist auch im JBoss so drin. Wir selber hatten jetzt in unserer Anwendung bisher genutzt Log4j und es gibt natürlich noch Bibliotheken, die dann eben gegen SLF4j, Logback und so weiter gehen. Und mit den Dependencies, wo ich hier aufgeführt habe, haben wir eben dafür gesorgt, dass egal, welches Logging-Framework sozusagen als Frontend genutzt wird, alles zum Schluss hinten in JBoss-Logging reingeht, sodass wir später dann sagen konnten, okay, alle Loggings kommen da raus und wir können sie entsprechend weiterverarbeiten. Das ist jetzt nicht unbedingt notwendig, aber es ist halt schön, wenn man zum Schluss wirklich jegliches Logging in einem Backend hat und dann damit weiterverarbeiten kann. Ja, das war's für die Änderungen in Maven. Wir haben dann unser Projekt schon kompilieren können, aber so richtig gelaufen ist es noch nicht, weil wir dann lernen mussten, ja, diese Sachen im CDI, die wir bisher verwendet haben, dass eben zur Laufzeit erst gesagt wird, okay, ich kenne jetzt die ganzen CDI-Beans und zur Laufzeit stelle ich dann fest, okay, welche Bean muss denn mit welcher injected und verbunden werden? Das gibt es in Quarkus nicht mehr, weil das Ganze basiert auf Reflection und Quarkus hat gesagt, Reflection möchten wir zur Laufzeit nicht mehr haben. Klammer auf, auch ein bisschen im Hinblick zur Nutzung von Native Images, weil man es da auch nicht mehr hat, weswegen wir eben jetzt hergehen mussten und wirklich alle Klassen, die für uns CDI-Beans sind und die wir auch wirklich brauchen, zu annotieren. Das ist im normalen CDI nicht notwendig, sondern alles, was eine Klasse ist, kann als Bean verwendet werden und jetzt seht ihr hier, mussten wir eben alle Beans, wo wir wirklich sagen, das sind welche, mit der Annotation atDependent versehen. Das ist ansonsten in der CDI-Laufzeitumgebung der Default und in Quarkus musste eben die ganze Geschichte automatisch hinzugesetzt werden. War jetzt nicht so schwer, wenn wir schon Beans hatten, wo zum Beispiel einen Scope gesetzt hatten, wie Request Scope oder Application Scope, dann konnte das entfallen. Wir mussten dann eben mal rausfinden, okay, welche Beans werden denn wo injiziert und wo muss ich die annotieren, damit eben dann das Maven-Plugin die ganzen Verbindungen herstellen kann. Eine Unterart war noch Data-Sources. Im Charcutter Application Server gibt es ja dann dort die Annotation at, oh, jetzt muss ich aufpassen, war das atContext oder atHGB und den Entity-Manager kriege ich eben in Quarkus ganz normal injiziert, indem ich sage atInject und dann sorgt Quarkus dafür, dass ich dort den Entity-Manager und den Initialisierten habe. Und eine weitere Besonderheit für uns war dann noch, die Philosophie eines Application Servers ist ja, ich stelle dir alles zur Verfügung, du musst dich um nichts kümmern. Ja, aber wenn wir jetzt keinen Application Server mehr haben, dann müssen wir uns jetzt eben selber in der Konfigurationsdatei unserer Anwendung darum kümmern, die Data-Source entsprechend zu konfigurieren. Also das war sonst quasi die Konfiguration vom Application Server. Die müssen wir jetzt in den Application Properties, das ist sozusagen die Konfigurationsdatei von Quarkus angeben und ja, die Persistence XML, wo gerne noch verwendet wird, die kann komplett entfalten. Also da liest Quarkus zwar ein, aber es kommt immer gerne ein Hinweis, lasst es doch bitte weg, ich möchte es alles selber machen. Ja, und das waren eigentlich die in Anführungszeichen wenigen Schritte, die getan werden mussten, damit wir mal grundsätzlich unsere Anwendung irgendwie mit Quarkus am Laufen sehen, so mehr oder weniger. Wie es aber oft so ist, es ist natürlich ein schneller Erfolg, das hat uns alles gefallen, aber es gibt halt dann doch ein paar Eigenschaften oder Verhalten von Quarkus, wo wir uns dann doch ein bisschen umstellen mussten und ein bisschen den Code verändern. Also zum Glück nicht so viel. Und zentral ist da eigentlich so die Besonderheiten von der CDI-Injection. Also CDI ist ja so dieses Dependency-Framework von Jakarta.ii, wo ich eben dann angeben kann, okay, über Constructor-Injection oder Field-Injection möchte ich eben jetzt gewisse Beans injiziert haben in meine andere Beans. Und Quarkus sagt eben, CDI ist integraler Bestandteil und ich kann die Annotation auch komplett wegfallen lassen. Das heißt, unter gewissen, ich werde es gleich noch nennen, unter gewissen Bedingungen injiziert Quarkus automatisch, wenn es sich um die Bienen handelt. Also ohne, dass wir Add-Inject schreiben, geht ja eben her, schaut sich den Konstruktor an und sagt, okay, da ist ein Konstruktor, der will diese und jene Teile haben, das ist eine Bienen, die kenne ich. Und ohne, dass ich den Konstruktor annotiert habe mit Add-Inject, geht Quarkus her und macht natürlich die Injection. Was Quarkus gerne möchte, ist, dass ich eine Field-Injection nutze. Ich habe gleich nochmal ein Quellcode-Beispiel und die Felder dann eben Package-Private sind. Ich mache mal ein Beispiel, was ihr hier seht. Ich habe eine Bienen, die ist Application Scoped und diese Constructor Injection, dieses Counter-Bean vom Konstruktor, da muss ich kein Add-Inject schreiben, weil Quarkus sagt, ja, das ist ein Konstruktor und den Counter-Service kenne ich, den injecte ich dann. Und ihr seht oben diese dieses Config-Property, also diese Annotation, damit sage ich eben, okay, ich möchte aus einer Konfigurationsdatei den Eintrag, der sich nennt Service.login und diesen Wert injecte mir bitte in dieses Boolean-Enable-Log. Und da sieht man eben, ich muss auch kein Add-Inject schreiben und Quarkus möchte da dann eben den Weg gehen und sagen, okay, die Felder sind alle Package-Private und das ist der Weg, den ich gerne haben möchte. Man kann es aber auch anders machen, also wir haben uns irgendwie drauf geeinigt, das ist vielleicht auch ein bisschen das Plänen von mir. Ich mag diese Field Injection nicht so gern, weil ich dann, wenn ich irgendwas beim Testen mache, immer, ja, wie hier, ich muss irgendwie auf die Felder zugreifen können, um die zu belegen und ich bin eigentlich jemand, der die Constructor Injection bevorzugt, sodass wir eigentlich alles über einen Konstruktor machen und uns damit eigentlich die ganze Zeit vom Quarkus Maven Plugin eine Warning einreichen, weil unsere Felder eben nicht Package-Private sind, aber das haben wir zu ignorieren gelernt und haben bisher noch keine Nachteile gehabt. Aber wenn man Quarkus-Beispiele sieht, dann sind das alles Package-Private-Fields mit Add-Inject und die injizieren dort alles rein. ist ein bisschen eine Geschmacksfrage, hat es aber noch keine Nachteile gebracht. Was wir dann lernen mussten ist, ja, man hat jetzt so eine Application-Properties, das ist also quasi die Datei, ich glaube bei Spring ist es die Application-YAML oder so ähnlich, wo die ganze Applikation konfiguriert wird, also sowohl das Framework als auch wenn wir eigene Konfigurationswerte haben. Und hier haben wir gelernt, dass es zwei Fälle gibt, in denen die Konfiguration gelesen wird. Und zwar zum einen mal zur Build-Zeit durch das Quarkus-Plugin und zum anderen zur Runtime. Also das, was man als Entwickler jetzt eigentlich als erstes sieht. Es kann eben nicht alles, was beschrieben ist in den Konfigurationswerten, da kann nicht alles zur Laufzeit irgendwie umgestellt werden. Muss vielleicht dazu sagen, man hat eine Application-Properties in seinen Source-Main-Resources liegen, in der man eben so die Grundkonfiguration hat. Diese Datei wird auch vom Quarkus-Maven-Plugin genutzt, um ihm zu wissen, okay, eine JDBC-Verbindung, was brauche ich da für einen Treiber und so weiter und so fort. Und zur Laufzeit hat man natürlich dann abhängig von seinem Stage eine Application-Properties, die irgendwo anders liegt und wo man dann eben rausliest, okay, in Dev muss ich auf die Datenbank, in Acceptance auf die andere. Und was wir gelernt haben, ist, dass eben nicht alle Einträge in dieser Application-Properties auch zur Laufzeit geändert werden können, sondern viele werden nur zur Build-Time gelesen, verwendet und danach kann ich in der Application-Properties reinschreiben, was ich will und Quarkus ignoriert das. Und eine Geschichte ist zum Beispiel, dass ich nur zur Build-Zeit sagen kann, diese Data-Source nutzt diesen JTBC-Treiber und ich zwar dann zur Laufzeit den JTBC-Connection-String ändern kann und Benutzername und Kennwort, aber den Treiber kann ich nicht ändern. Also da geht Quarkus eben her und sagt, nee, ich nehme den Treiber, ich implementiere das alles, ich verschalte das alles richtig und zur Laufzeit kannst du dann nicht einfach hergehen und den anderen laden, weil Reflection möchten wir nicht haben, auch kein Glass-Path-Scanning, deswegen kann man eben nicht hergehen und sagen, ich baue meine Sache und unterstütze zum Beispiel eine SQLite-Datenbank und dann gehe ich irgendwie in mein Acceptance und gehe auf Oracle oder Postgres oder sonst was. Das haben wir gelernt, wer dann irgendwann mal in die Doku schaut, es ist auch immer ein Hinweis bei den Einträgen von Quarkus-Konfigurationen, wenn da ein Schloss ist, dann heißt es eben, ja, geht nur zur Bildzeit, nicht zur Laufzeit. Also das mussten wir lernen, dass wir eben gewisse Sachen nicht zur Laufzeit ändern können. Ja, da haben wir dann ein bisschen was anpassen müssen, aber das haben wir auch geschafft. Und dann lief unsere Anwendung. Konnten hergehen, sagen, ja, jetzt wird das, was man eben kennt von Kubernetes, wir bauen uns ein Image, wir haben Helmcharts, wir deployen die ganze Sache und die Sache lief eigentlich so weit. Wir haben uns dann als Entwickler aber schnell dran gewöhnt, was es alles in Quarkus gibt. Jetzt kommt quasi der Teil, wenn wir umgestiegen sind, was können wir jetzt alles nutzen? Und, ja, als Highlights, ich habe es schon genannt, das ist auch das Logo von Red Hat, da geht es um die Developer Joy. Live Coding. Also, ich kann hergehen in meiner IDE, startet dort Maven, indem ich sage, Maven Compile und dann als Goal Quarkus Doppelpunkt Dev. Dann wird das Ganze kompiliert und meine Anwendung wird im Dev-Modus gestattet. Dann kann ich ganz normal darauf zugreifen mit Postman, Curl, Browser, was ich so alles habe. Und dieser Dev-Mode geht aber noch weiter, dass ich eben dann hergehen kann und sage, ich ändere etwas an meinem Code, drücke auf Speichern und dann sehe ich richtig in der Konsole, dass der Dev-Mode mitbekommen hat, da hat sich was geändert. Das wird kompiliert, live gestellt und ich kann sofort testen. Also, ich habe nicht irgendwie diesen langen Zyklus bauen, starten, testen, stoppen, dann ändere ich was, dann baue ich wieder, dann starte ich, dann teste ich das wieder, sondern das geht in relativ kurzen Testzyklen, dass ich meinen Code ändere, meine Tests fahre und dann kann die ganze Sache wieder weitergehen. Inzwischen sogar noch besser, wenn ich das einschalte in der Konsole vom Dev-Mode, dann kann ich auch sagen, ich speichere etwas und Quarkus führt die Tests aus, die dieses Stück Code, das ich geändert habe, testen und ich habe eben die Sicherheit, dass die ganzen Tests prüfen, ob ich irgendwas kaputt gemacht habe. Es gibt die sogenannten Dev-Services, die wir schätzen gelernt haben. Das ist im Endeffekt die Idee, Quarkus weiß ja, welche externen Systeme, Datenbanken und sonstige Dinge wir haben, die ich vielleicht auch konfiguriert habe und in diesem Dev-Mode werden, wenn ich das möchte, Services gestartet und ich habe zum Beispiel dann nicht nur meine Anwendung laufen, sondern auch meine Datenbank in einem Docker-Container. Und Quarkus erfindet da nichts Neues, sondern nutzt eigentlich sehr geschickt Test-Containers. Hat ja der Patrick vorhin gezeigt, da gibt es demnächst einen Vortrag. Und ich muss mich eigentlich um nichts kümmern. Ich sage einfach, hier ist der Dev-Modus und in unserem Fall, wenn ich den starte, fährt automatisch ein Container mit dem Microsoft SQL-Server hoch oder in der anderen Umgebung, es fährt ein S3-Storage hoch, wird entsprechend initialisiert und meine Anwendung kann sofort zu testen beginnen. Also das ist eine tolle Geschichte. Es sorgt dafür, dass wenn ein neuer Entwickler bei uns ins Team kommt, er eigentlich nichts anderes machen muss, als dafür sorgen, dass er einen JDK und einen Maven auf seiner Kiste hat, IDE seiner Wahl, er checkt die ganzen Geschichten aus, geht aus und kann dann rein durch Maven-Befehle die Sachen starten und ja, was ich vergessen hatte, er braucht einen laufenden Docker-Demon und dann läuft eigentlich die ganzen Dev-Services hoch. Er muss nichts weiter konfigurieren, er muss nicht irgendwo was runterladen, irgendwelche Bash-Skripte starten, sondern die ganze Sache läuft eigentlich hoch. Quarkus-Tests ist für mich eigentlich die Geschichte, ja, meine normalen Unit-Tests laufen, wie ich sie kenne und wenn ich die Annotation at Quarkus-Test verwende, dann wird eben nicht nur meine Klasse getestet, sondern es wird salopp formuliert die ganze Anwendung hochgefahren und ich kann meine Klasse eben in einer Art Integrationstest testen. Fährt alles hoch. Durch die Dev-Services habe ich auch meine Datenbanken, sodass ich eigentlich sehr einfach einen richtigen Integrationstest habe. Ich greife vorne auf die API zu, es passiert eine Verarbeitung und hinten auf die Datenbank wird auch zugegriffen. Das Schöne an der Geschichte ist aber, wenn ich sage, na ja, ich möchte schon die ganze Anwendung testen, aber da hinten den Teil, den möchte ich mal wegmocken, also er soll jetzt nicht auf die Datenbank schreiben, sondern ich möchte den Service mocken, dann kann ich eben mir einen Mock schreiben und kann den injizieren und dann führe ich meinen Test aus und anstatt dem richtigen Service wird dann eben mein Service-Mock verwendet, sodass ich also nicht die ganze Anwendung teste, sondern gewisse Teile die ganzen Sachen abschneiden kann. Also das ist auch eine sehr schöne Geschichte, um eben die Integrationstests dann doch nicht für die ganze Anwendung, sondern nur für einen Ausschnitt zu testen. Noch was zu den Testservices, ich hatte es schon erwähnt, salopp formuliert, das ist die Integration von den Test-Container, sind quasi integraler Bestandteil, werden eben von Quarkos automatisch zur Verfügung gestellt für alle Plugins, die das wollen. also für die Standard-Datenbanken fährt eben dann ein SQL-Server hoch, ein Postgres-Server, alles in einem entsprechenden Container und ich muss mich eigentlich nicht weiter drum kümmern. Es ist, ich habe es jetzt nicht erwähnt, es ist Flyway integriert, also wenn ich dann sage, okay, er fährt im Dev-Service eine Datenbank hoch, dann kann ich auch sagen, hier sind meine Flyway-Skripts, erzeug bitte meine Datenbankstruktur und dann kann ich entsprechend die ganzen Sachen hochgehen. Was in den Dev-Services auch noch geht, ist ganz nett, wenn ich jetzt dann irgendwelche externen Systeme habe, die ja, ich nicht laufen lassen möchte, sondern die ich eben zum Beispiel über WireMock weg oder abstrahieren möchte, dann habe ich auch Möglichkeiten zu sagen, dass mein WireMock, bevor die Test starten, automatisch hochgefahren wird, ich kriege den Port dieses WireMocks injiziert und dann kann ich eben ganz normal meine Tests starten und anstatt jetzt auf ein externes System zu gehen, wird eben mein Mock in WireMock angesprochen und ich kann entsprechend meine Testfälle machen. Und ja, das hatte ich jetzt schon erwähnt, ich brauche Maven, ich brauche Docker, ich brauche eine JDK und meine Testumgebung ist da und ich kann die ganzen Tests sowohl lokal auf meinem Entwicklungs-Server durchführen als auch in der CI-Pipeline ohne Probleme ja, die ganzen Tests durchführen. Zum Thema Tests gibt es noch die sogenannten Test-Profiles. Das ist vielleicht die Besonderheit von unserer Anwendung. Sie läuft derzeit in zwei Umgebungen. In der einen Umgebung wird zum Speichern der SQL-Server verwendet und in der anderen S3-Storage. Also ich habe es hier nochmal als Beispiel rein und jetzt möchte man natürlich seine Tests, seine Integrationstests sowohl testen gegen JPA, um zu schauen, okay, läuft denn alles mit einer normalen relationalen Datenbank und dann durch Umschalten möchte man auch sagen, jetzt teste das Ganze bitte aber auch, wenn wir ein S3-Storage verwenden. Dazu kann ich sogenannte Test-Profile erstellen. Das ist im Endeffekt eine eigene Klasse. Die wird eben bei der Initialisierung aufgerufen und ich kann dann hergehen und sagen, okay, dieser Test soll mit diesem Profile ausgeführt werden und dann wird eben in der Konfiguration in diesem Test-Profile gesagt, jetzt gehe ich auf JPA und in einem anderen Test-Profile jetzt gehe ich auf S3. Und der Vorteil ist dann eben, dass ich in dieser Klasse die Umstellung mache, was soll anders laufen und Quarkus sich dann darum kümmert, dass die ganzen Sachen ausgeführt werden. was Quarkus dann selber optimiert ist, dass eben die Tests, die ein Test-Profile haben, also muss noch dazu sagen, Test-Profile ist eine Klasse und meine einzelnen Tests annotiere ich dann noch, dass sie mit dem Test-Profile ausgeführt werden sollen, dass eben alle Tests für ein Profile auf einmal ausgeführt werden, dass eben nicht laufend die Anwendung hoch und runter gefahren wird, sondern eben nur einmal für Test-Profil alle Tests werden ausgeführt und dann kommt das nächste Profil. So, ihr habt vorhin gesehen, wir haben in der alten Jakarta-Anwendung uns selber was geschrieben für Konfigurationsdateien lesen. Wie ich das damals gemacht habe, kam ich mir so vor nach dem Motto, jawohl, irgendwie, ich baue jetzt einen Editor nach, den es schon gibt oder sonst was. Quarkus enthält viele Bibliotheken oder Spezifikationen vom Microprofile und da ist es eben wesentlich schöner, Konfigurationen zu nutzen. Ich kann angeben, dass meine Konfigurationswerte aus verschiedenen Quellen gelesen werden. Er geht eben der Reihe nach durch und sagt, ich schaue mal in die System-Properties, ich schaue mal in die Environment-Variablen, ich habe Dateien an verschiedenen Orten und er geht eben der Reihe nach die ganzen Sachen durch und in der ersten Quelle, wo er was findet, verwendet er die und ansonsten geht er eben bei den ganzen anderen Sachen durch und ich in meiner Anwendung muss eigentlich nicht mich irgendwo drum kümmern, sondern ich sage eben nur, ich möchte einen, den Konfigurationseintrag, wie wir es vorher gesehen haben, enable Service und dann soll mir das in eine in eine Feldvariable injiziert werden und es gibt Konventionen für die Konfigurationsdatei, ich kann die nehmen über eine Standard-Properties-Datei, das ist das, was Quarkus Native unterstützt, wenn es gewünscht ist, kann ich über Plugins aber auch sagen, dass ich eben eine Application JSON habe oder wer wie ich in der Zeit groß geworden ist, wo nicht alles JSON war, sondern XML, dann kann man natürlich auch das Ganze irgendwie in XML oder Jummel machen. Wir haben die Properties-Datei gelassen, es ist nicht weiter so extrem. Was noch geht, es sind komplexe Objekte, das heißt, ich habe einen Eintrag in meiner Konfigurationsdatei, der eben nicht ein Text ist, was auf dem String abgebildet wird oder eine Zahl oder ein Boolean, sondern ich kann mir richtig so eine Art Objektstruktur anlegen, dass ich eben sage Server Name, Server Port, Server Protocol zum Beispiel und das wird mir dann in eine entsprechende Klasse in Java eingelesen. Das geht eigentlich auch sehr schön zu machen. So, genau, ich hatte vorhin noch erwähnt, dass wir alles, was gelockt wird von den verschiedenen Frontends, also Log4j, Log4j2, slf4j und wie sie alle heißen, alles so umgelenkt haben, dass es im Java's Logger kommt und damit kann ich dann eben ein Plugin aus dem Quark-Giverse nutzen, um zu sagen, jawohl, jetzt soll eben mein Logging nicht als Text erfolgen, wie man es kennt, sondern eben strukturiert in einer JSON-Struktur und das eben, so ist es zumindest bei uns gewesen, dass das auf der Standardausgabe ausgegeben wird und innerhalb der Kubernetes-Umgebung dann automatisch an einen Elastic-Server weitergeleitet wird. Dieses Quark-Giverse ist quasi so ein Repository, wo es Plugins gibt, die jetzt nicht im Quarkus selber enthalten sind, aber die die Community erstellt oder weitere Geschichten. Da verwenden wir zum Beispiel dieses Plugin, um ein JSON-Logging zu bekommen. Wir nutzen dort aber auch ein Plugin, um eben auf dem S3-Storage zugreifen zu können, was Stand jetzt Quarkus noch nicht kann, aber es gibt dann immer wieder mal Plugins, die auf einmal nach Quarkus rüber wandern. Und für uns war noch interessant, wir können die JSON-Records erweitern um feste Werte und wir können aber auch hergehen für einzelne Log-Messages noch Felder hinzumachen. Also für uns war interessant, dass wir eben den Mapped Dependency Kontext, den MDC von Log4J abbilden können, weil wir dort eben zum Tracing reinschreiben gewisse Request IDs. Und damit haben wir dann eben jetzt schon durch diese Plugins immer mehr Vorteile genossen und ja wir haben am Anfang versucht die im gleichen Quellcode noch die JBoss Anwendung zu pflegen das hat uns dann ich komme gleich dazu aber eigentlich mehr behindert sodass wir dann wenn wir rein unsere JBoss unsere Quarkus Anwendung hatten eigentlich recht zu früh in waren damit komme ich auch zum Fazit also so die Geschichte würdet ihr es wieder tun und man sieht schon am Bild also es hat eigentlich nie jemanden gegeben der gesagt hat der Schritt war aber blöd und hätten wir halt doch den J-Boss in den eigenen Docker Layer eingeparkt sondern nee waren eigentlich alle da was ich auch interessant fand im Laufe des Projekts oder des Produkts kamen auch Entwickler dazu die eigentlich mehr in der Spring Boot Welt zu Hause sind die natürlich dann erst mal etwas ja wie soll ich sagen sich etwas unwohl fühlt weil man natürlich nicht seine gewohnte Umgebung hat die vergleichen das auch alles mit Spring Boot was absolut in Ordnung ist aber man sieht eben dann man findet Gemeinsamkeiten man findet Unterschiede und auch die sagen nee also war 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 ist schön zu lernen was es dann noch gibt was was uns Probleme gemacht hat und die wir dann auf die verschiedensten Art und Weisen gelöst haben ich hatte schon erwähnt wir hatten am Anfang versucht dass wir in unserem Quellcode über Maven Profile quasi zwei Ziele haben dass wir sagen wenn wir mit diesem Profil bauen kommt ein Quarkus Char raus und wenn wir mit dem anderen Profil bauen dann kommt eben ein ihr raus die Idee war während der Übergangszeit können fachliche Erweiterungen gebaut werden es gibt nur einen Quellcode und je nachdem was man baut können wir in die jboss welt deployen oder in die kubernetes welt so war die Idee aber für uns hat sich das dann irgendwann angefühlt wie Quarkus mit Handbremse wenn wir festgestellt haben in Quarkus da könnte man das und das nutzen oder so und so dann musste man entweder riesen dinge bauen damit es in jboss auch funktioniert oder es ging gar nicht also so nach dem Motto ja jetzt hätte ich endlich meinen Sportwagen aber irgendjemand hat einen Keil unter das Rad gelegt und das haben wir dann aufgegeben und haben eben dann in den sauren Apfel gebissen und gesagt okay wir machen einen Fork es gibt die Quellen für Jboss es gibt die Quellen für Quarkus und ja wenn halt dann noch fachliche Änderungen sind dann haben wir die halt ja doppelt pflegen müssen wir hatten Glück in der Zeit waren nicht viel und es ging einigermaßen hin was lief gut also die positiven Seiten ich weiß nicht mehr wie lange aber diese Migration wo ich euch gezeigt habe Mavenpom anpassen die Annotationen anpassen Schichten waren in wenigen Tagen getan also das war natürlich schon schön dass man da schnell Erfolg gesehen hat wir mussten so gut wie keine Anpassungen am Code machen also wir mussten nicht irgendwas umprogrammieren sondern wir haben Annotationen geändert wir haben im weiteren Verlauf natürlich dann unseren Code angepasst dass wir Quarkus besser nutzen effizienter aber es war im ersten Schritt erstmal nicht möglich was heißt nicht möglich nicht notwendig war am Anfang eben auch schlecht weil wir die rückwärts kompatibilität hatten aber nach dem vorkommt man weitermachen was wir nicht nutzen müssen möchten ist eben diese developer joy also da war eigentlich die sofortige akzeptanz da dass die Leute gesagt haben hey der dev mode und die services sind super und wir haben irgendwie gemerkt ja die Leute die da in Quarkus entwickeln die diese Funktionen einbauen die scheinen selber auch mal auf der anderen Seite gesessen zu haben und die bauen eben Sachen ein die man einfach haben will und es entstand dann irgendwann so ein richtiger Hunger nach neuen Features wenn irgendwas eingebaut werden musste wo auch technische Sache ist gibt es da was von Quarkus können wir das nicht so lösen was ich aber denke ich mal viel zur Akzeptanz beigetragen hat war halt für die Leute die wie ich aus der Jakarta IE Umgebung kamen es war eine flache Lernkurve also alle Bibliotheken alles was ich kenne mein CDI mein JPA alles was ich wusste konnte ich einfach weiter nutzen mit dem Inject muss man ein bisschen neue Sachen lernen aber das war jetzt keine große Geschichte Ja ich hatte schon erwähnt Features konnte man dann sofort nutzen wie gesagt diese Konfigurations Geschichte und die Plugins für die Integration haben uns auch geholfen also ich denke mal wenn wir nicht so wenig auf die Plugins hätten zugreifen können wäre die Anbindung an S3 vielleicht nicht unmöglich gewesen aber wir hätten uns halt alles von Anfang an erarbeiten müssen und so haben wir eben einfach ein Objekt injiziert wo wir sagen können jetzt können wir damit anfangen die Initialisierung ist fertig also für uns das Fazit einfach ja wir würden es wieder tun und für uns ist Quarkus eigentlich Jakarta in der Cloud also wenn jemand sagt hey ich habe eine Anwendung die muss jetzt in die Cloud würde ich sagen versuch mit Quarkus ich hoffe für dich du hast keine Enterprise Java Beans und ja es macht eine Anwendung dann irgendwie cloudartiger als wenn ich einfach nur J-Boss in den Container packe und dann nochmal in ihr drauf schmeiße okay dann habe ich jetzt euch hoffentlich mit Informationen versorgt aber nicht erschlagen und ich freue mich auf Fragen und vielleicht Diskussionen Dankeschön Sebastian ich würde gleich so mit der ersten Frage starten sodass die anderen Teilnehmer Zeit haben die Fragen und Antworten einzutragen du hast jetzt über die Migration gesprochen dass man da gewisse Annotationen setzen muss und so weiter habt ihr euch auch zum Beispiel Gedanken gemacht zum Beispiel Open Rewrite zu nutzen weil es da vielleicht bereits irgendwelche Regeln gibt oder vielleicht auch wenn man mehrere Services konvertieren muss dass man vom Migrations Prozess profitieren kann zum damaligen Zeitpunkt muss ich zu meiner Schande gestehen kannte ich Open Rewrite noch nicht also das war im 2020 was jetzt interessant ist die Migration von Quarkus 2 auf 3 hat umfangreichere Änderungen weil dort auch die Packages von Java X auf Jakarta geändert werden und da gibt es einen Maven Step und die nutzen im Endeffekt Open Rewrite um die ganzen Umstellungen zu machen also ich könnte mir vorstellen dass es bestimmte Rezepte gibt um eben eine Jakarta IE Anwendung für Quarkus umzubauen Ok sehr schön wir haben schon zwei Fragen der Martin fragt hast du Erfahrungen betreffend den Developer Tools in eingeschreckten Developer Environments was viele Entwickler bei grösseren Firmen sowieso haben und da geht es so drum als Team Lead was muss ich mich oder wo muss ich mich drum kümmern respektive wo muss ich ich glaube ich leide mit ihm da also es ist eine Enterprise Company wo das alles ist und also ich denke mal was viel ist könnte ich mir vorstellen der Kampf um einen Docker Demon auf den Rechner der Entwickler zu kriegen da mit einher geht natürlich die Problematik wo kriege ich dann meine ganzen Images her gibt es irgendwo lokal Image Registry oder dürfen wir rausgehen ich glaube das ist so eine große Geschichte weil ich hoffe einfach dass ein Maven Repository und alles da ist weil ansonsten wird es wirklich qualvoll aber ich denke wichtig wäre zu gucken haben die einen Docker Demon und dann sage ich mal so ich habe erst einen Windows Rechner gehabt von dem Unternehmen da war ich dann irgendwie froh dass ich die WSL hätte da lief das alles flüssiger ich weiß nicht ob es unter Windows Pure ging ich bin jetzt in der glücklichen Lage ich habe lange genug gejammert mir haben jetzt ein Mac hingestellt und jetzt auf eine grundsätzliche Geschichte die ist nicht mit Quarkus verbunden wenn du einen Windows Rechner hast sage ich einfach mal du willst eine WSL haben und du willst einen Docker Demon haben ansonsten macht es keinen Spaß du hast ja auch gesagt vorher im Talk wir wollten Profile haben dass wir ein EAR File bauen Das ist doch nicht Super Sonic Super Atomic Quarkus Nein das war ja auch nicht Quarkus sondern unsere Idee weil eben alle klar waren ja wir möchten nach Kubernetes aber es wird noch ein viertel halbes Jahr dauern bis die zweite Umgebung auch dorthin kann und dann war die Idee wenn wir Änderungen machen wollen wir die nicht doppelt pflegen also lass uns mit Profilen probieren die Schmerzen haben wir erlitten und ich würde heute sagen nein dafür sind Profile nicht da mach es nicht mach ein vor das macht auch Schmerzen aber nicht so viele wie zwei Profile das ist aber ich habe eben gemeint so quasi Graal wie Native Images das ist doch supersonic subatomic das ist richtig ja aber das ist dann nicht in Profilen sondern da machst du einfach einen Schalter Native und dann macht dir dein Quarkus Plugin auf einmal ein Native Image ja die pleite denn so nein das ist eine interessante Diskussion die gab es auch schon in anderen Java User Groups wenn die Frage kommt wer nutzt den Native Images und wir haben die Option wir haben bisher aber keine Anforderung das zu tun weil Quarkus durch diese Bildzeit Reflections nenne ich es mal so schnell hochstartet dass zumindest für unsere Anwendung der Vorteil von einem Native Image gar nicht zum dann könnt ihr quasi die ganzen Funktionen von der JVM nutzen und wenn ihr auch mal debuggen müsst und so weiter habt ihr eigentlich da keine Nachteile also wir haben auch noch den Vorteil ja die JVM muss dann erstmal warm laufen aber im Endeffekt wenn die dann effektiv zur Laufzeit kompiliert kann sie ja schneller sein als bei Ahead of Time Compiling weil der Code ja angepasst wird auf das wie der Code angesprochen wird und also ich wir haben es glaube ich auch noch nicht mal probiert weil alle gesagt haben ne also wenn es jetzt erstmal geht nutzen wir das wir haben zur Not noch in der Hinterhand Native Image Crawl WM aber wir haben es noch nicht genutzt ihr hattet wahrscheinlich auch genügend Ressourcen dass ihr eben dieses dieses Thema gar nicht betrachten musstet oder vielleicht das und ich denke mal so wir haben eine Anwendung die empfängt ein Chasen macht ein bisschen was leitet was weiter also das ist natürlich jetzt auch nicht von der Performance so wie wenn wir jetzt noch große Berechnungen oder Datenhandhabungen machen müssten das ist auch ein Vorteil von uns ja Beat fragt noch wie gut ist dann der IntelliJ Support von Quarkus bezüglich dieser Developer Joy jetzt kommt wieder einer der nicht IntelliJ nutzt in Visual Studio Code gibt es den Support der läuft gut die anderen Kollegen arbeiten mit IntelliJ ich weiß jetzt gar nicht ob es ein eigenes Plugin gibt ob die einfach sagen es läuft so und mit was arbeitest du ich habe Visual Studio Code okay ich komme von Eclipse da ging es auch okay und dann Beat hat noch eine zweite Frage er fragt lohnt dich die Umstellung von einem großen Monolith nach Quarkus Kubernetes ohne Rewrite Refactoring in verschiedene Microservices ich sage mal so ich würde es vielleicht als stufige Migration sehen zu sagen ich lasse den Monolithen erstmal da gehe in meine neue Laufzeitumgebung und gehe dann daher und teile es noch auf es hängt irgendwie mit zusammen aber ich weiß nicht ob ich die Sachen gleichzeitig machen würde weil ja diese Aufteilung wie schneide ich meinen Monolithen was muss ich im Monolithen vielleicht Refactoren und irgendwo anders anordnen ist denke ich mal egal ob ich jetzt Quarkus nehme oder was anderes das sind ja dann mehr architektonische Entscheidungen und Quarkus ist in Anführungszeichen nur meine Laufzeitumgebung ja und wahrscheinlich gehört noch dazu wie viele Ressourcen du in deiner Kubernetes Umgebung hast oder wie viele du nutzen darfst auch wie will ich es verteilen ja genau weil ich habe auch schon gehört von Teams die machen das einfach so Kubernetes wird genutzt da kann man die Legacy Applikation schön in Container verpacken und kann man sie eins zu eins laufen lassen wenn man genügend Ressourcen hat aber genau so ist es eben bei den Kunden die gehen einfach her und sagen hey wir migrieren alles nach Kubernetes und die wollen einfach hergehen und sagen wir haben nicht mehr den J-Bossers Laufzeitumgebung sondern wir haben Kubernetes und da geht es erstmal noch gar nicht den Monolithen zu zerteilen sondern einfach hey da könnt ihr besser deployen als bei J-Boss oder man kann die virtuellen Server loswerden und man kann quasi den Betrieb und die Maintenance quasi damit vereinfachen schlussendlich ja ja und du kannst eben selber wahrscheinlich die Wartung von deinem eigenen Namespace und die Rechte die du dafür hast ist einfacher als wenn du irgendwo in deinen J-Boss rein musst ja genau aber wenn du jetzt so zurückdenkst an deine Zeit ich meine wo war jetzt so der grösste Pain bei der Umstellung weil irgendwie hat das für mich so getönt ist alles irgendwie super es gab schon ein paar Vor- und Nachteile und so weiter aber ich meine was hat so genervt was hat graue Haare verursacht ja also es klang so einfach aber eigentlich schon herzugehen und zu gucken wo muss ich jetzt eine Annotation mit independent hinzufügen okay weil bisher hast du einfach geschrieben ja ich schreibe einfach die Klasse die gibt es am Glasspath dann sage ich hier add-incheckt und der Application Server tut alles für mich und jetzt musste ich ihm doch dran denken hey die Klasse muss da initiiert werden die ist add-dependent oder soll es da mehrere Instanzen geben oder ist es nicht application scoped also wir haben dann auch bei manchen Klassen von dependent wieder auf application scoped gemacht weil sonst irgendwas nicht funktioniert hat also da war im Detail schon wo man dann sagen musste jetzt muss ich mal nicht blind paste paste machen sondern mal überlegen ist das jetzt nicht irgendwas anderes gibt es denn auch konzepte die sich in qualcos total verändert haben im vergleich zu der alten welt also die elemente die ich jetzt genutzt habe habe ich eigentlich nichts festgestellt es ist eher eine weiterentwicklung also was in der alten welt immer problematisch war in spring sind es die controller in jakata i ist es die resource und diese resource war chucks rs aber nie richtig cdi da musste man immer ein wenig tricksen und jetzt ist es halt richtig cdi also es sind mehr so kleine anpassungen und im cdi gibt es nicht alles aber in der dokumentation steht eigentlich schön drin ok guck mal cdi was kann quarkus was sind die besonderheiten da kommt da kommt man eigentlich recht schnell rein aber es sind nicht riesige änderungen ich hatte jetzt gerade im kopf wir reden immer so über diese technischen challenges weil technologie fasziniert und so aber wie steht es dann mit dem menschlichen also was waren so auch die challenges im team oder irgendwie so ich meine wie groß war das projekt das projekt wie es ursprünglich entstanden ist waren wir ganz klein wir waren zu zweit und dann hieß es halt einfach es soll eine jboss anwendung werden und dann war für mich klar es wird java ii ich habe erst später mitbekommen dass alle anwendungen die auf jboss laufen im endeffekt spring anwendungen sind die halt bloß in den jboss kontext gestellt werden das ist wahrscheinlich auch nichts unübliches und dann war ich auf einmal da und ins projekt kamen dann waren die was heutzutage denke ich nicht unüblich ist halt mehr aus der spring spring bunt welt und da war dann eher die geschichte wo halt dann ja ich denke mal so wie wenn ich jetzt in spring gehe man verlässt seine komfortzone man kann sicherlich alles lernen aber das ist wie wenn du eine neue programmier sprache magst du musst dich erst mal wieder zurecht finden und da waren eben dann schon wenn es mal komplizierter wurde oder ich dann eine Stunde erklärt habe wie ich das mit dem cdi producer gelöst habe wo dann schon immer mal auch zwischenmenschlich kommt lass es uns in spring boot noch mal neu implementieren was ich verstehen kann also wenn ich jetzt mit einem alteingesessenen spring spring boot entwickler zusammensetze und dir mir aus dem ff was erzählen kann dann stehe ich auch da und sage so oh ich glaube mein senior kann ich weglassen das war vielleicht im zwischenmenschlichen da wichtig die leute dann nicht zu überfrachten sondern immer zu sagen komm jetzt machen wir die kleinen stellen dass er sich langsam reinwägen kann und über welche Zeit ging jetzt dein Projekt insgesamt also diese Umstellung jetzt das was wir hier gemacht haben das war vielleicht von das war Ende 2020 bis Ende 2021 Jahr wobei ich sagen muss das ist eine Projekt Phase ich habe mit dem Ding begonnen 2018 und bin immer noch dabei und das war halt die Umstellungsphase auf Quarkus mit vielen Dingen nebenbei mit Projekt wird international mit wir waren auf einmal vier Entwickler auf einmal waren wir wieder bloß zwei weil keiner mehr da war deswegen hat sich das alles ein bisschen dahin gezogen und jetzt sind wir eigentlich stabil bei ich glaube an die acht bis zehn Entwickler und hat sich langsam eingeschwungen ok aber das heißt auch quasi ein grösseres team also ein team ein scrum team eigentlich so in dem stil und ja da ist dann auch wichtig mit kommunikation und so weiter hey super genau wir haben keine weiteren fragen mehr im chat drin also ihr hättet sonst die letzte chance dazu noch fragen zu stellen ich würde dir sonst gerne in der zwischenzeit dankeschön sagen du hast ja noch nie bei der java user group in der schweiz einen talk gemacht und wir würden dir dann gerne so ein ding nach hause schicken du hast das sicher schon gesehen bei anderen kollegen wir in der schweiz geben unseren speakern gerne ein cyber tool es ist ein cyber tool nicht taschenrechner notebooks und computer damit zusammenbauen oder flicken wenn was kaputt ist wenn der cyber anfall da ist genau ja es ist eine spezielle ausgabe für computer wirklich kein witz genau also wenn wenn mit kyber spielen willst darf du das gerne damit machen das ist ein anderes thema genau ich habe gerade noch gesehen der Frederik hat noch eine Frage er sagt ein monolith nach quarkus ist das gut oder sollte man noch bedenken im bereich es zu trennen gibt es nicht nachher probleme auch mit dem hochfahren nach 200 plus beans batches 100 API endpunkte und so weit da muss ich sagen das war jetzt ich habe den den vortrag auf der jcon gehalten so erfahrung mit einer richtig großen anwendung habe ich jetzt natürlich nicht also wir haben gut wie viele controller haben wir vielleicht 10 bis 20 und ein paar Services man kann es schwer sagen man müsste wahrscheinlich mal gucken irgendwie schnell was hinfrickeln wie es mit dem hochfahren wird die Compile-Zeit wird sicherlich länger sein weil er natürlich diese ganzen Beans zusammen bauen muss es sollte aber eigentlich gehen ich denke man halt immer irgendwann muss ich den Monolithen vielleicht aufteilen wann mache ich es denn mache ich es vorher mache ich es nachher weiß nicht was der richtige Weg ist vielleicht ist es auch eine Entscheidung wer daran arbeitet welche Themen da drin sind und schlussendlich bricht man es runter auf ein Organisationsproblem und nicht eben auf ein Softwareproblem also wie kann ich das irgendwie wahrscheinlich effizient kommunizieren kann ich Anforderungen anbauen wie oft muss ich will ich deployen und so weiter wahrscheinlich nicht für für die die gleich losgehen wir haben nachher noch ein Feedback Formular also bitte ausfüllen und ihr könnt dann auch etwas gewinnen ich sage gleich noch was dazu also wir wollen dir natürlich Dankeschön sagen klar Dankeschön dass ihr mit dabei wart und wenn ihr das natürlich dann später auch auf YouTube schaut oder den Kollegen sagt dass es ein toller Talk war muss man unbedingt sehen dann werden wir das auch da eben veröffentlichen wir wollen auch den Leuten im Hintergrund Danke sagen nämlich Ursula ihr bekommt immer E-Mails von ihr den Markus der sich eigentlich um diese Plattform hier kümmert und dann auch die Publikation eben auf YouTube macht genau und ihr findet eben unter YouTube also jt.juck.ch das ist die Short URL Talks von den letzten 2 2,5 Jahren und das sind jetzt eben 58 Talks die während der Pandemie bis jetzt aufgezeichnet haben genau also auch Sebastians Talk wird da schlussendlich dann landen und für die Ewigkeit da sein genau und daneben habe ich natürlich auch eine Slack Community also registriert euch da wenn ihr euch austauschen wollt mit uns Fragen stellen wollt oder wenn ihr auch vielleicht mal Themen habt die vielleicht interessant sind auch für andere zu diskutieren oder manchmal ist es sogar so wenn wir Tickets bekommen von Spezialevents oder so die wir nicht über die Mailing Liste verteilen die tauchen dann eben im Slack Channel auf genau weil ihr wisst ja manchmal ist es ein bisschen schwierig ein E-Mail von gewissen Firmen über alles verteilen zu lassen ist ein bisschen schwierig dann nutzen wir halt diesen Kanal und sagen hey wer es interessiert kann da reingucken und ja kann vielleicht eben da an Events teilnehmen genau also bitte letzter Punkt füllt das Feedback Formular raus wir haben eine IntelliJ Lizenz die wir eigentlich monatlich verlosen und eventuell bekommt ihr eine Dankeschön und bis zum nächsten Mal Dankeschön Sebastian und wenn ich jetzt gleich den Kanal zumache dann schmeißt es uns raus und wir können nicht mehr miteinander quatschen das heißt ich melde mich dann später mal noch per E-Mail bezüglich deiner Adresse und so weiter und wir sehen uns sicher mal wieder auf einer Konferenz ja hoffentlich genau okay tschüss schönen Abend bis bald